Hallihallo und guten Tag! Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Das Infovideo ist in so ein bisschen anderem Format. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Ich hoffe auch in besserer Qualität. Es ist nicht ganz die Webcam, die ihr da gerade seht. Und ich habe hier auch, ich kann das bewegen, es ist in meiner Hand, so ein komisches Uraltmikrofon um den Hals. Ich bin gerade dabei, so ein paar Dinge zu versuchen. Und das ist einer davon. Ich halte hier in der Hand eine Kamera, die langsam sehr schwer wird. Aber ich habe mir überlegt, für solche Infovideos oder vielleicht auch für Videos zum Haus ist so eine Kamera ganz gut. Die muss ich mir sowieso mal anschaffen. Und jetzt das erste Infovideo dazu. Ich muss gerade die Hand wechseln, das ist sehr schwer. Ich muss da noch irgendwas finden. Aber das Gute ist, das Ding hat einen relativ schönen Bildstabilisator. Und falls ihr Hinweise dazu habt, wie man einen Camcorder gut halten kann, so in dieser Selfie-Position, schickt mir gerne Links in die Kommentare. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar geht es darum, dass ich leider, leider, leider aus einem gewissen Grund zwei Streams absagen muss. Und zwar den für Donnerstag und den für das kommende Wochenende. Das heißt, den für wahrscheinlich heute, wenn ich das Video am Donnerstag hochlade. Den für heute muss ich absagen und den für Samstag. Lasst euch gesagt sein, das ist ein guter Grund, warum ich das tue. Wir sind das ganze Wochenende nicht da. Und das, wo wir dann sind, das beginnt auch schon, ja, so Donnerstag, Freitag. Und ich werde Donnerstag wahrscheinlich keinen, ich werde nicht dazu kommen zu streamen, denn am Freitag geht es schon los. Und ja, Donnerstag nach der Arbeit ist wahrscheinlich ganz viel anderes Gedöns wichtig. Und Streamen ist dann leider nicht drin. Das heißt, wir sehen uns wieder entweder auf YouTube, wenn ihr wollt, oder halt nächsten Dienstag im Livestream. Halt. Vielleicht auch am Montag. An dem Montag, jetzt direkt nach dem Wochenende. Ich gucke mal gerade hier. Warte, ich sehe es ja vor dem PC. Wo ist hier meine Maus? Der vierte. Vielleicht am Montag, dem vierten, dass ich da noch einen kleinen Stream mache. Kommt gerne vorbei. Updates gibt es über Twitter, auf jeden Fall. Und ja, ihr habt mich ja, wenn ihr mich abonniert habt, auch auf Twitch. Dann seht ihr ja, ich muss noch mal die Hand wechseln, das ist zu schwer. Dann seht ihr ja, wenn ich anfange zu streamen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann ja hoffentlich am Montag, wenn ich es hinbekomme. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssikowski.